Entscheidest du dich für eine Lehre zum Karosseriebautechniker, solltest du ein hohes technisches Verständnis und ein gutes Raumgefühl mitbringen. Du erlernst Kenntnisse und Fähigkeiten über die Instandsetzung beschädigter Karosserien. Hagelschäden, Parkschäden oder Beschädigungen an der Windschutzscheibe werden fachmännisch von unseren Karosseriespezialisten wiederhergestellt. Der Karosseriebautechniker lernt auch den Lackaufbau kennen, um die Autos wieder fachgerecht herstellen zu können. Die Hauptaufgaben von einer Karosseriebautechnikerin sind Windschutzscheiben tauschen, Karosserienstand setzen, aber auch Räder wechseln. Ich bin Karosseriebautechnikerin geworden, weil es mir taugt, auf die Autos immer hinzuschrauben.